Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge sind wir einigermaßen gestiegen. Wir sind ja umgezogen. Und ich will jetzt mal gerade gucken. Warte, wo war jetzt unser Tunraum? Ich will mal gerade gucken. Ein, zwei Schaufeln nämlich. Und wir werden gerade meinen Grundstück abstecken. Und sagen wir gerade mal. Äh, Musik. So, wir haben hier 14 Cent. So. Mal gucken. Äh, hä, hä. Dann nochmal. Hochstein, Kabistorm auf jeden Fall. Brauche ich dafür. Ähm. Eisenbahn brauche ich. Jetzt brauche ich immer noch was Holz. Huch. Holz. Was macht ihr hier drin? Habe ich noch Sticks? Ne, ich hab keine Sticks mehr. Schaufeln. Aber ich hab hier noch Schaufeln. Okay. Hat ihr da ledig. Da haben wir uns einfach vor. Und lasst die Türen zu ihr. Verschlimmet euch. Können wir mal hingehen. Was habt ihr Lust? Wie Kaffee? Oh weiss. Das wird angezahnt hier. Nein. Fleisch. Das Fleisch will ich. Schaufeln. Schaufeln wir mal mit. So. Dann. Wern mal gucken. Nach wo wir gehen. Ich würde mal schwer sagen. Einfach mal nach hier hinten. Mal gucken. Hier. was abstecken. Oder so. So. Dann machen wir schon wieder die Wüste. Aber es ist nicht groß. Was wir hier geholt haben. Abgefunden haben. Mh 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 mh. Oder mal mal. So ein Holzmangel ist uns schon mal nicht. Oh. Woh. 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 Iay. Ich bin noch Hunger indigenous. Hier ungefähr. Eieieiei, das ist schwierig jetzt. Das ist schwierig. Wir werden mal viele Schafeln brauchen, um hier ein vernünftiges Gebiet zu kriegen. Dann holen wir mal das wie gerade ein bisschen mit. Dann müssen wir ein bisschen was Zeug haben. Ich würde mal sagen, ungefähr... Ja, hier das. Machen wir hier. Hier einigermaßen gerade was. Aber da kann das ein bisschen dauern. KG. Na ja. Ich bin nicht so, dass ich jetzt die ganzen Werke habe, die ich abgasen muss. So. Jetzt werden wir ein paar Creeper nicht schlecht. Na ja. Wir haben nämlich ausgemacht was natürliches Teil-Refforming. Wir haben noch nicht gerade wenig hier. Was wir dann an der Erde aufsammeln. Wir werden dann hier an anderen Stellen natürlich wieder einfügen. Ein. So. Ach nee. Das wollte ich jetzt nicht. Wir haben jetzt doch jede Menge Schafeln brauchen. Scheiße. Das kann dauern. Also bauen. Auf jeden Fall werden wir uns ein Schlüsshäuschen. Flüchtig gehalten. Dann werden wir uns auf jeden Fall Stall bauen und alles. Dann auch halt Verzauberungstraum. Alles. Alles was man so braucht. Ah nee. Was hab ich mir jetzt hier nur angezahlt. Aber ein bisschen natürliches Telefon. Wenn nicht schlecht. Aber. Die Tageszeit. Upsah. Ich gebe natürlich keine Creeper hier. Natürlich hier das Blachteil. So. Jetzt ist es schon vorbei. Ich glaube hier. Werde ich. Was schaue ich mal. Andere. Eine andere Frage. Mal schauen. Was wir wirklich im Dorf vielleicht auch irgendwie. Irgendwie. Ich hinkriege. Hier habe ich auch mal eine schöne Idee. Da werde ich auch noch andere Weitlich machen. Dann werde ich um die Höhe gehen. Das hier wegmachen. Heute mache ich hier so einen kleinen Verlauf. binden der brücke und graben ziehen ich weiß habe es zu viele ideen auf einmal aber markiert war damit ich später macht später auch netter jesse so die hier wollte ich annehmen das heißt hier hat das kann ich auf jeden fall schließen hier dann müssen wir auch den sand hier ein bisschen weg holen kann man dann jedenfalls später als machen nein so hat das an die muss man hier einiges drauflegen abstecken gerade so gerade so reicht einigermaßen die masse haben halt je nachdem stellt man sich so wie sie hier so was auf der brücke fertig so einiges abgesteckt einigermaßen was haben so ein schönes kleines plateau ich hoffe ich habe schon 40 dann können wir mal was holz holen gehen damit wir uns ähm eisen eine Menge Schaufeln und ähm Schaufeln und ja Schaufeln man hat sehr stark Mal gucken wo bin ich denn hier Juhu so 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 aber das Ding ist schon mal groß und ich will einen Berg unter den Weidenhund abtragen aber das ist eh ja und dann gehe ich bis hier hin wo das war und dann ungefähr hier so so und dann gehen wir von hier und dann stecken wir es wieder ab hier bis ich eine schöne Breite habe das andere das andere ist ja damit keine Grenzen gesetzt muss ich mal gucken dann je nachdem anbauen kann so dann hm dann ich will mal sagen gehen wir von hier genau fangen wir von hier an und machen uns hier was frei buddel 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 da sind ja einiges an Gebäude die wir noch dazu tun müssen da kommt ja auch später noch so eine Hühnerfarbe hin und alles so zack zack ein stein ruhig ruhig nachher abbauen gehen wir jetzt hauptsächlich nur hier rum und ich denke man könnte es auch ruhig mit der Nachtarbeit anfangen alles und einigermaßen gut abgesteckt denke ich okay ich brauche mal hier grad so ein Kloppchen hin damit ich einigermaßen sehen kann ja gehen wir jetzt von hier nach da hm scheiße ja natürlich ist Terraforming komm her komm her nein er kommt her so so betreibt man Terraforming sieht doch schön aus hat auch 801.7 kann man die fische auch mit dem Feuerzeug äh ähm explodieren bringen das muss ich gerade noch einigermaßen die Flucht finden und diese Spur hier gehen wir nach hier weiter weiter aber das ist nicht so schlimm uh ne hier bin ich jetzt nicht hin oder ich bin ein bisschen arschweig abgedrückt gerade gucken wo habe ich meine hier bin ich mache ich meine Dinge hier bin ich mache ich mal gerade einigermaßen ein paar ein paar Lotdinger so dann hier nach hier ah nö ok muss am Tag abstecken komm her Terraforming schön natürliches Terraforming da nach hier nach hier auf die Falle oder so ich glaube hier ungefähr äh das hätte man eine eigene Markierung jetzt nicht scheiß Baum dahinten ach hier geht man grad ein bisschen höher ich hoffe mir schießt jetzt kein Skelett hier runter ne ich bin noch daneben hier mal Zeitblöcke nach rechts so hier hier müsste es denn eigentlich sein so ja wunderbar so vielleicht noch geil finden würde wenn man hier die die Skelette wenn man die aufnehmen könnte die Pfeile davon so haben wir uns jetzt auf dem Weg grad ein bisschen dann tun wir mal grad die Bäume abholzen die sowieso im Weg sind wäre der Baum und der linke Baum davon komm her so komm her komm her so komm her dann schau dann schau die nächste Folge wieder ein wir werden dann wie gesagt immer noch ein bisschen die Terraforming machen und unser Gebiet abstecken so 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 dann teilt man mal kratzen Bäume so und dann die nur verwinkelt sind so wir haben dann wir haben jetzt alles hier raus an denen oder haben wir noch irgendeinen Möscher das war was Oh, was kommt der noch an, ey? Was willst du? Du hast doch keine Schnitte hier. Läuft's klar. Okay, Leute, damit kommt der Nächste an. Okay, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.